Was haben sie 1997 gemacht? Vermutlich nicht an E-Commerce gedacht, oder? Frank Arnold und Ralf Gladys gründen 1997 CompuTop in einer Bamberger Studenten-WG. Eine Garage hatten sie nicht. Anfangs bieten die beiden Gründer Online-Shops mit sicherem Zahlungsverkehr an. Nach und nach konzentriert sich CompuTop rein auf die Zahlungsabwicklung. Erste Kunden sind Kunat und Lexmark. Weitere große Namen wie CeleColor, TIP24 oder Hypo Vereinsbank folgen. Ab 2001 kommen Projekte für Visa und Mastercard dazu. Für Visa setzt CompuTop das europäische Pilotprojekt für sichere Kartenzahlungen mit 3D-Secure um. Für Mastercard führt CompuTop erfolgreich das europäische Pilotprojekt für den PCI-Sicherheitsstandard durch. Der Erfolg führt zu neuen, wertvollen Kunden und Mitarbeitern. Ab 2006 startet CompuTop seine Internationalisierung mit internationalen Zahlarten. Heute arbeiten Mitarbeiter in New York, London, Berlin, Hamburg und Shanghai und vertreiben weltweit hochwertige und innovative Lösungen. 2010 wird Stefan Kück als Banker mit 20 Jahren Erfahrung Geschäftsführer, um das schnell wachsende Unternehmen gemeinsam mit den Gründern zu leiten. 2013 übernimmt CompuTop das Geschäft der Firma EOS Payments von der Otto Group und gewinnt so hunderte neuer Kunden. CompuTop erweitert sein Angebot vom Online-Payment zum Omni-Channel-Payment inklusive Post-Terminals. Als erster deutscher Zahlungsdienstleister erhält CompuTop im Jahr 2015 die PCI-P2Pi-Zertifizierung für hochsichere Kartenzahlungen am Point-of-Sale. Und 2016 kommt mit Mobile SDK ein neues Tool für In-Air-Payments dazu. Zum 20-jährigen Jubiläum bilden Unternehmen wie Fossil, Intersport, Otto, Samsung, Wargaming, CeveColor, Thomann und Rakuten nur die Spitze von über 14.000 zufriedenen Kunden, für die CompuTop aktuell 24 Milliarden US-Dollar jährlich abwickelt. 20 Jahre sind vergangen. Die Inhaber sind geblieben. Was kommt jetzt? CompuTop erforscht neue Verkaufskanäle wie Virtual Reality, Voice Commerce und integriert das neue europäische Zahlungssystem Instant Payments sowie biometrische Authentisierung für Konsumenten weltweit. CompuTop steht für Innovation, persönliche Kundenbetreuung und Zuverlässigkeit bei höchster Qualität. CompuTop. The Payment People. Global. Omnichannel. Payments.